Hi, ich bin Donald, ich bin der Zeichner und der Hünder von Punks & Banters. Für meinen Comic möchte ich gerne neue witzige Fanartikel erstellen. Und zwar hatte ich da gedacht an Höschen für Frauen. Also sowas wie das hier oder das hier. Das wäre das Motiv, das auf die Höschen raufkommen würde. Nur für Frauen. Das Geld möchte ich gerne über Startnext Crowdfunden. Das wären 700 Euro. Diese 700 Euro, das wären die Produktionskosten für diese Höschen. Crowdfunding bedeutet, es geht nach der Alles-oder-nichts-Regel. Ihr helft mir mit eurem Geld mich zu unterstützen. Und wenn alle 700 Euro zusammenkommen, dann gehen die Höschen in Produktion. Ansonsten bekomme ich gar nichts von dem Geld und ihr bekommt euer Geld wieder zurück. Das Geld solltet ihr mir jetzt natürlich nicht schenken. Es gibt als Belohnung verschiedene Dankeschöns. Die seht ihr auf dieser Seite. Die Höschen sind von der Marke Bella. Die habe ich mir extra ausgewählt, da mir die Firmenpolitik dieser Marke recht gut gefiel. Die Höschen werden in Amerika produziert und nicht irgendwo in China oder so. Und deswegen ist das auch jetzt keine Ausbeutefirma. Das schlägt sich halt ein bisschen auf den Preis nieder. Aber es war mir wichtiger, dass die Höschen richtig produziert werden. Es würde mich freuen, wenn ihr mein Projekt unterstützen würdet. Wenn euch mein Motiv und die Höschen gefallen würden. Falls das so ist, dann bitte unterstützt das Projekt. 700 Euro sind leicht zusammen zu bekommen. Würde ich mir hoffen. Ciao!